Der Schakal erzählte vom Verlust einer Festung und dass der Junge die Unterstützung hatte, um einen unserer Außenposten einzunehmen. Er bat um eine Armee, um den Jungen zu töten, es ihm heimzuzahlen. Er sagte, dass es einen anderen Weg zu der Festung gäbe, dass sie versuchen würden, ihn abzuschneiden, um ihre Position zu halten. Er könne sie nun alle nehmen, sie alle vernichten. Ich sagte ihm, dass er tun könne, was er wolle, aber dass der Junge mir gehörte, um ihn zu foltern, zu bestrafen. Die erfolgreiche Einnahme des Außenpostens hat unsere Truppen vergrößert, aber eure kleine und müde Streitkraft muss wieder flüchten. Der kürzlich eroberte Außenposten wird nicht lange durchhalten. Nehmt also eure besten Männer und geht weiter das Tal hoch, um dort eine stärkere Festung mit Blick auf die Straße zu errichten. Hier müsst ihr ein verzweifeltes Rückzugsgefecht kämpfen, bevor ihr euch zum Rest eurer Armee zurückzieht. Platziert euer Vorratslager, mein Lord! Platziert euren Kornspeicher, Seil! Unsere Armee wird immer stärker, mein Herr. Wenn wir den Schakal lange genug hier halten können, können wir sie zu den Bergen im Westen bringen, wo sie für einige Zeit in Sicherheit sein wird. Lanzknechte, auf die Welle! Es gibt Eisenvorkommen in diesen Hügeln, Sire. Wenn wir etwas Eisen hätten, könnten wir vielleicht Fallen herstellen? Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Der Feind greift an. Der Feind greift an. Eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Hälst dem Lord, er wird angegriffen. Sofort, Sir. Ein schöner Tag, mein Lord. Ein schöner Tag. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Nicht genug Gold, Herr. Bereit und warten. Landsknechte, auf die Welle. Bereit, Sir. Landsknechte, auf die Welle. Der Feind greift an. Landsknechte, bereit. Eure treuen Bogenschützen, rauf auf die Welle! Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Rekruten werden benötigt, Sire. Eure Befehle, Sir. Landsknechte! Wir bewegen uns. Achtung! Landknechte, vorwärts! Rekruten werden benötigt, Sire. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Der Feind greift an. Eure Befehle, Sir. Landsknechte, auf die Welle! Sieieg auf die Welle! Sieg nicht. Und aber den sich auf der anderen Seite verlief. Sieg nicht, oder? Sieg nicht. Demeucher werden wir mit einem Weg zu den Ziehen. Sieg nicht! Sieg nicht! Sieg nicht! Die Klassen bewältigen! Der Feind greift an. Was für ein schöner Tag es ist, Sire. Eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Bauern werden benötigt, Sire. Unsere Bögen werden singen. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Rekruten werden benötigt, Sire. Rekruten werden benötigt, Sire. Eure treuen Bogenschützen. Guten Morgen, eure Lordschaft. Feuer ist in der Burg ausgebrochen, Sire. Haben die genug Brunnen, um das Inferno zu kontrollieren? Gebäude stehen in Flammen, mein Lord. Der Feind greift an. Wir werden angegriffen. Ein Bär ist los im Dorf. Wütende Bären erschrecken unsere Bauern, mein Herr. Menschen verlassen die Burg. Helft dem Lord! Er wird angegriffen. Der Feind greift an. Eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Ein Bär ist los im Dorf! Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Der Feind greift an! Guten Morgen, eure Lordschaft! Nicht genügend Waren! Nicht genügend Waren! Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Der Feind greift an! Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Bauern werden benötigt, Sire. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Sire. Bauern werden benötigt, Sire. Eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Bauern werden benötigt, Sire. Drogenschützen, vorbereiten! Feuer ist in der Burg ausgebrochen, Sire. Haben wir genug Brunnen, um das Inferno zu kontrollieren? Gebäude stehen in Flammen, mein Lord. Menschen verlassen die Burg. Bauern werden benötigt, Sire. Euer Zeichen, Sire. Wir sind in der Burg. Unsere Sehnen sind gewachst. Der Feind greift an! Der Feind greift an! Bauern werden benötigt, Sire. Euer Zeichen, Sire! Lanzknechte bereifend! Achtung! Seid ihr sicher, Sire? Wir sehen keinen Weg! Eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Die Schweinepest hat zugeschlagen, mein Lord. Unser Schweinebestand wurde ausgelöscht. Hurra! Verstärkungen sind in der Burg angekommen, Sire. Mein Lord. Lanzknechte, auf die Welle! Waffen werden benötigt, Sire. Neue Befehle. Lanzknechte, auf die Welle! Könnte ein bisschen zusätzliche Nahrung gebrauchen. Meine Hosen rutschen schon! Bauern werden benötigt, Sire. Ja, Sir. Lanzknechte, auf die Welle! Der Feind greift an! Rekruten werden benötigt, Sire. Mein Lord? Eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Lanzknechte, auf die Welle! Die Hechte vor queenai! Lanzknechte, auf die Welle! Lanzknechte, auf die Welle! Lanzknechte, auf die Welle! Waffen werden benötigt, Sire. Bogenschützen, bereit machen. Rauf auf die Welle! Landskräfte, auf die Welle! Befehler? Befeuer ist in der Burg ausgebrochen, Sire. Haben wir genug Brunnen, um das Inferno zu kontrollieren? Gebäude stehen in Flavend, mein Lord. Wütende Bären erschrecken unsere Bauern, mein Herr. Der Feind greift an. Ein königlicher Besuch, Sire. Ein königlicher Besuch. Oh, ich bin so aufgeregt. Rauf auf die Welle! Landsknechte bereit. Eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Waffen werden benötigt, Sire. Neue Befehle? Sir, ja, Sir. Macht sie fertig, Männer! Rekruten werden benötigt, Sire. Wir sind bereit. Rauf auf die Welle! Hilf dem Lord! Er wird angegriffen! Befehle? Sofort, Sir. Ja, Sir. Reihen schließen. Landsknechte bereit. Sperre bereit! Bereit, Sir. Landsknechte, auf die Welle! Sire, es dauert nicht mehr lange, bis die Armee das Tal durchquert und die Sicherheit der Berge erreicht hat. Dann können wir uns zurückziehen, bevor wir überrannt werden. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Sir, Landsknechte, auf die Welle! Der Feind greift an! Der Feind greift an! Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Ja, Sire. Rauf auf die Welle! Unsere Sehnen sind gewachst. Auf die Welle! Alles! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Rekruten werden benötigt, Seier. Seid gegrüßt. Bisschen früh, oder? Gut, gut. Komm schon, Jungs. Wir sind siegreich, Seil!